Hallo und herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster. Wir verschönen dann gerade die erste Achterbahn, die wir hier gebaut haben in unserem schönen Karrierepark. So ein marschierender Ritter daneben, der den Drachen bekämpft. Und ein schießender Bogenschütze. So, 95 finde ich schön. Was ist da drin? Achso, einfach nur so ein Baum. Auch okay. Okay, wir brauchen einen Sicherheitsdienst. Ja, dann bauen wir halt noch so ein kleines Fahrgeschäft hier hin. Obwohl, wir könnten auch eine... Okay, wir haben das schon mal. Ähm... Wir machen einen Hammerswing. Kann ich das hier irgendwo hinbauen? Der ganze Platz ist ja nicht eben. Ja, eben. So. Eingang platzieren. Ich mach hier hinten hin. Der Ausgang hier unten. Komm, darf ich... Ich muss den doch irgendwo da hinmachen können. Okay, Eingang mit Weg. Und zwar schließe ich den Eingang. Ich nehm halt irgendwie alle Laternen mit, aber okay. Das ist halt ein sehr kurzer Weg, aber okay. Ähm... Ich möchte einmal rüber, so dass es funktioniert halt. Schlagen halt nichts vor, was nicht funktioniert. Ich weiß schon, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. So, einmal rüber, trüben. Ernsthaft? Können wir nicht irgendwas machen, dass wir vielleicht da vorbeikommen? Okay, schon verstanden. Ich stelle den Ausgang um. Ich muss das nochmal ganz kurz schließen. Ganz toll. Ich würde gern irgendwo... Wo geht das denn, dass ich jetzt halt den Ausgang umsetze? Hier, ich möchte den Ausgang... Alter. Ich hasse dieses fucking Spiel. Testen ist es nicht. Aber zu gut ist es auch nicht. Ich würde gern... Ja, es sieht so toll aus. Ich möchte meinen Ausgang verschieben. Ich möchte den Ausgang umsetzen. Warte, oh nein. Anpassen, Ausgang verschieben. So, wunderschön. Jetzt kann sie wieder öffnen. Okay, dann schließe ich das halt da an. So, jetzt kann ich dazwischen irgendwelche so Szenerie-Sachen bauen. Weil für irgendeinen Laden ist da kein Platz. Ähm... Ein Drache passt da nicht hin, oder? Hier oben passt ein Drache hin. Kann ich dich einfach so... Es ist halt, wann ist eigentlich dieses komische Geräusch da? Das ist mir irgendwie vorher nie aufgefallen. Okay, hier noch so eine Hexe. Eine Falltür. So, bist du jetzt bei 100 Prozent. Ja, wer hätte das erwartet, das bist du nicht. Du, bei 79, okay. Ich könnte doch hier so einen kleinen Splatter oder so hinbauen. Hier so ein Imbissstand. Komm, der passt hin. So ein Snacky geht immer. Ich müsste es ja irgendwie da hinbauen. Spaß für die, aber... Schlafende Drachen vielleicht. Ach, das ist so ein kleines süßes Dings. Hier, der läuft durch. Schlafende Drachen. Ganz viele süße, kleine schlafende Drachen. Hier sind Bogenschütze noch. Hier ist richtig die Action abgehend. Und hier ist noch nass. Ganz nass ist das hier. Und hier nochmal so ein Ritter, der wohl mit denen kämpfen möchte. Steht aber hier hinten. Kommt er nicht durch, weil da ein Hindernis ist. Das haben wir hier noch. Märchen-Band. So, so. Können wir uns vielleicht anderen der Freunde so hinstellen. So, 95 Prozent reicht mir ja. Das hat 100, okay. Oh, wir haben Geld. Ja, dann, ähm... Achterbahn. Ich möchte am liebsten die hier bauen. Kasse 20.000. Jetzt bauen wir erstmal Rebell. Ich bin mir sicher, wir haben viel zu wenige Achterbahnen, finden unsere Leute. Nichts ist hier, was Spaß macht. Alles ist hier einfach nur Scheiße. Oh, ich hasse es, diesen passenden Platz immer dafür zu finden. Oder wie macht es gleich hier vorne an? Wenn die da reinkommen. Okay. Steht. Eingang. Ausgang. Und diesen lustigen Baum hier rum. Und geh halt nach oben. Also, dieser Weg ist irgendwie so richtig bescheuert. Ich baue dir da keinen Weg hin, weil... Da kein Weg hin passt laut uns. Da passt ein Weg hin, wenn ich das sag. Perfekt. So, können wir das Ganze testen. Viele Gäste haben Lust. Okay, ich werde einen Getränkeladen daneben hinbauen. Was denn auch sonst? So, kann ich es jetzt eröffnen. Ist offen. So. Dass ihr wieder alle mehr reingeht. Baue ich da noch einen Getränkeladen daneben. Ein Märchendorfladen 2. Erstmal nach oben. Der ist nämlich einfach nur in der Luft, dieser Laden. Weil es voll die coole Laden ist. So, wie viel Prozent haben wir jetzt? 24. Ähm, ja. So, was haben wir denn da noch so viele Läden? Ein Subinierladen darf nicht fehlen. Und nach oben. Vielleicht ist der genau falsch rum. Ja. Ja. So, wie viel haben wir jetzt? 53. Komm, da passt doch noch so ein Essensladen, was ist so daneben. So was hier. Was kleines Süßes. Fehlen hier halt einfach diese Spielotheken und sowas, was es auch immer so Freizeitparks gibt. Hm, tasty. So, wie viel haben wir jetzt? 56. Das hat nichts gebracht. Ähm, ja. Irgendwas anderes, was wir da jetzt noch bauen können. Einen marschierenden Ritter. Märchenbend. Hexenhaus. Das sieht aus wie das Haus von Hagrid. Schon beginnt nah. Nahen Ritter. Der auch mit den Typen, wo man in die Wette läuft. Wachsamer Ritter. Ein Wasserrad. 85 ist so, euer Scheiß, ernst. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge vom Planet Crusader. Bis dahin. Tschüss.